Kern der Microsoft Cloud Strategie ist die Technologie zu demokratisieren. Das heißt, wir machen modernste IoT, künstliche Intelligenztechnologien jedem zugänglich, der sie nutzen möchte. Und da ist es für uns ein super wichtiger Punkt, dass wir mit Bechtle einen Partner haben, der die regionale Nähe hat und der diese Technologien beratend beim Kunden in Digitalisierungsprojekten auch kompetent umsetzen kann. Die Partnerschaft zwischen Bechtle und Microsoft ist in den letzten Jahren deutlich stärker geworden. Wir werden derzeit nicht mehr nur als Lizenzberater gesehen, sondern eben auch als Lösungsberater. Und diese Lösungsberatung versuchen wir eben auch unseren Kunden anzubieten, um ihnen bestmöglich den Weg in die Cloud aufzuzeigen. Also die Vorteile des modernen Workplaces sind maximale Flexibilität. Ich kann letztendlich außerhalb des Unternehmens genauso arbeiten wie im Unternehmen mit einer gleichen Performance, halte trotzdem letztendlich Security, Datenschutz, Compliance und alle diese Dinge ein und habe die Möglichkeit letztendlich auch privat und geschäftlich heute auf einem Gerät zu realisieren. Wenn die Firmen nicht auf einem modernen Workplace umsteigen und diese ganzen Themen, die Teil der Digitalisierung sind, verpassen, dann werden sie sehr schnell vom Markt abgehängt sein und sicherlich sehr viel schneller, als man das im Moment noch so glaubt. Aber das geht glaube ich sehr schlagartig.